Joas wieder bei Bravely Second. Beim letzten mal haben wir die Sidequest mit Heinkel und Kikyo abgeschlossen und nun wollen wir uns weiter der Hauptquest widmen und ein Boot suchen. Das werden wir noch brauchen um nach Florence zu kommen. So, fangen wir einfach mal hier oben direkt nach. Mach schon mal auf 0 bevor ich es später vergesse. So, haben sie ein Boot für mich. Ich bräuchte da mal eins. Wieso, hallo. Es ist so schön, dich wieder zu sehen. Willst du die Nacht bleiben? Oder bist du nur hier für einen kurzen Bait? Wir haben heute Rosenbaiter. Jeder Bait ist mit wunderschönen Pädern und exfoliierten Thornen. Äh, das klingt großartig, Sakura. Aber eigentlich können wir wirklich deine Hilfe nutzen. Ein Boot, sagst du. Ich bin nur ein Hüpfel steuern. Du solltest mit Lord Arima sprechen. Lord Arima? Ja, der Lord von Yunohana. Wenn du in den Kasteln bist, sollte er glücklich für dich ein Publikum geben. Das macht Sinn. Danke. Na ja, lass uns sehen, ob der Lord für uns ein Schiff hat. Ja, bei dem Schloss waren wir auch im letzten Part einmal kurz, nur da war noch keiner da. Ich glaub, der war irgendwie grad unterwegs. Irgendwas hat man uns gesagt. Na dann schauen wir doch mal. Ich bin immer noch interessiert, wo jetzt dieses letzte Item ist. Dass hier irgendwo sein sollte. Auf der Brücke? Nö. Das Ende der Welt ist da. Oh nein. Katze? Riecht nach Gefahr. Sie geht von der Burg aus. So gefällt, dass man sich besser schon Level 32 haben sollte. Haben wir. Passt. Okay, es heißt auf der Burg passiert jetzt gleich noch etwas. Interessant. Dass sich da die Katze noch gewarnt hat. Na, da ist auch nichts. Okay. Hi. Willkommen, Traveler. Ich bin Kusatsu Arima IV, Lord of the Baths. Oh. Ihr Arrival in unserer Nation hat immer noch der Splash. Ich hör ihr, dass ihr Kampf versuchen. Wenn ihr noches nögelst, wasser Nögelst ist. Ich bin sehr froh, bin ich froh, meine Zeugnis für dich. D KIM, Gottes Bein. As a matter of fact... A ship, you say? Why, that's as simple as soap and water. My favorite like a gondola is at the docks, adorned ornately with the Arima family crest. Please, think of it as your own. Another rowboat. Uh, actually, we were looking for something a bit more ocean-worthy. And bigger? Hmm, that's one idea down the drain. And yet, I fear it is my only vessel. If only there were some way to... But no, that's impossible. What's impossible? Alas, an intractable clog. If you wish to venture into the open seas, I suggest you wait for a merchant vessel to call it port. But how long is that gonna take? What are we gonna do? Now, now, my friends, no need to get so lathered up. Come, let us nibble on something sweet, and we shall ponder this bubblesome issue together. Did you say something sweet? I did. It just so happens a traveling confectioner was recently drawn to our baths. Hmm. He presented me with an offering of desserts. But I fear they will be too sweet for my soap-isticated palette. Perhaps you will find them more to your liking. Hey, I think these are from that traveling pastry chef we met back in Hartschild. What a luck. Maybe he has a boat for us too. It's worth asking. Hmm. They are all different. Let's pick one and then we can go look for them. I don't care much for sweets either. So I'll just have whatever left over. Then it's just the three of us. First come first served. Ooh, they all look so yummy. Uh, I think I'll have... Un petit minute. What do you think you're doing? That's the one I wanted. Settle down, you two. There's no use fighting over cake. Right, let's unclench those fists now. No, 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 you don't need to crack your knuckles. I know. Why don't we let you decide who gets first dibs? Good idea. I'm sure you would choose wisely. Won't you, you? Murder girl. Uh, why do I feel like I'm being sandbagged? You? I trust you won't be swayed by any saucy wilds. Got it? Uh, uh, right. Whatever you say. In that case... Sing, absolutely! I could be first. Okay, then. I'll take the mixed nut tart Nirvana. It looks really silly. Well, here goes nothing. Whoa! This is... Oh, totally amazing. Seriously, it's to die for. It's that good? Oh, yeah. Believe you me, I can't quite describe it, but it's like eating an incredibly delicious forest. Eterni almonds, eisenuts, arena stashios, twilight walnuts. It's chock full of them. The greatest and tastiest nuts in all of Luxembourg. All in one incredible dessert. They're covered in this amazing buttery nougat. The whole thing is sweet and savory and nutty all at the same time. It's like my tongue's being tickled by treants. Um, sir? What's got into Tez? Man, oh, man. That must be one serious tart to turn on old Tez like that. Well, guess it's my turn. Wait, something's not right. Tez? Are you okay, sir? Tez? No, something's definitely not right. I've seen this look before. Of course, the people in Hearts Child. There must have been something in that tart. But Zooks, could it have been poisoned? I don't know, but we shouldn't eat anymore. Let's throw it out. That's no way to treat my delectable delicacies. I remember you. You're the pastry chef from Hearts Fest. What did you put in that tart? No artificial ingredients, if that's what you're implying. Just pure, unadulterated genius. My creations don't just taste magical, you see. They have certain effects on the eater. These cakes include an extra dash of inspiration I added just for you. Taste and behold the result, my dear diners. A one-way ticket to heaven. Huh? What's happening? Sir? I'm disappearing. I'm disappearing. What? What did you do to him? Didn't we just go over this? My cakes are so divine, anyone who tastes one is whisked straight off to heaven. Of course, in heaven you have no body, and you can't move or talk. I like to call it Death by Delicious. You villain! Is this what you did to all those poor people in Hearts Child 2? That's right. And they savored every moment. Just who the heck are you anyway? Wait, I bet he's working for... Angelo Ovio Panettone, patissier non-pareil. Charmed, I'm sure. Personal confectioner to the Kaiser, and proud owner of the patissier asterisk. My boss was sick of you meddling in his affairs, so... Here I am. Ladies! Yes, Sheriff! Right on cue. Now let's hear it. My sweets are... To die for... To die for... My face is... To die for... And these losers can... Go... To... Heaven! It's time for desserts. Lick their plates clean. Okay, ich durfte mir quasi aussuchen, wen ich in diesem Kampf nicht benutze. Angelo Panettone, holder of the patissier asterisk. By whisk and by spatula, I create a profusion of pastries, a symphony of sweets. The women of the world swoon have the taste of my delicacies and the sight of my face. Oh, okay. Das sieht interessant aus. Ah, aber kann auch eine... Er kann... Er kann nicht seine Fähigkeiten, oder? Kann er die verwenden? Das ist jetzt eine gute Frage. Das Problem ist, er hat keine Magie. Ich gucke einfach mal, ob er was machen kann oder nicht. Ist er eh tot. Ja, nee. Er ist ziemlich nutzlos. Kann man diesen Geistzustand irgendwie heilen? Kommt er von alleine vielleicht wieder zurück? Wollen wir mal die Gegner einzuschläfern? Kann ich ein Item, womit ich klauen kann? Das kann ich leider nicht klauen ohne ihn, ne? Hm. Nee, ich glaube nicht. Ist das interessant? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist interessant. schwammkuchen einmal abwehrgesenkt liebe gerade habt ihr mir gerade ein paar und krittet mich wieder tot der kampf könnte ich knackig werden ich hau mal die da jetzt erst mal um ich habe es klar und verwenden kann ich einen freund rufen machst du denn da zeichnen was das magie ist die magie machen wir einfach mutter Sie sind diejenigen, die Amy auszusehen? Warte, du bist die Darlene, die sie übersteht? Oh, keine Ahnung. Ja, sie war stolz von diesen Worten. Aber ich versuche dir, ich war nicht ihre Darlene. Ich zeige ihr ein bisschen Liebe. Und die Frau ist mir nicht glücklich. Nicht die erste Mal, natürlich. Aber wieder und wieder, das, das, Darlene, das... Ich kann nicht aufhören, die Klinge-Typen. Du bist ein richtiger Darlene, du weißt das? Kannst du nicht sehen, dass sie dich liebt? Ha, das ist Ritz, der von dem Kind, der sie in der Kampf verletzt hat. Du denkst, ich wollte, hier raus zu spielen, um die Babysitter zu spielen? Doch hier bin ich. Alles, weil sie keine Arbeit auszusehen konnte. Diese Frau bleibt mir nichts, aber Angst. Ich muss wieder die Werte senken wahrscheinlich. Und tot ist er wieder. Aber er hätte gleich einen Angriff abfangen können dadurch. So cool, vergiftet. So zählt das als Magie? Darf ich das verwenden? Wenn ich schon sonst nichts machen darf? Moment, das geht auch damit? Okay, ich habe gar nicht gesehen, dass es ein Wurffeil war. Sondern einfach nur Prometheus-Feuer. Ich muss schon wissen, warum es nur auf einen geht. Okay, wollen wir das halt nur auch anschauen, deswegen. Was war das? Geschwächte Feinde werden sofort getötet? Nein! So. Dann wollen wir mal. Genauso auf You. Dann beleben. Genauso auf You. Und dann bitte einmal angreifen. Und zwar mit Doppelblitz. Irgendwas, was du machen kannst. Shifu Jinrai. Eigentlich nur angreifen. Kann ich nochmal rufen? Nö, schade. Ich kann nur rumstehen. Du glaubst das Mädchen, nicht wahr? Warum wäre es dann gelaufen? Revenz? Das ist das, was du denkst, was das ist? Die Mädchen war nichts mehr als eine Angehörte. Wie meine Spatula. Wenn meine Spatula nicht verletzt, wirst du sicher noch verletzt. Ich habe dich wirklich zuphast. Ich bin wirklich zufrieden. Du hast jemanden, der dich so sehr liebte. Und du siehst du eine Spatula? du bist nicht okay eine weg und ist bei minus einzig kann man schlafen okay aber jetzt machte 0 ja völlig besser bei allen bevor die andere wieder aufwacht ich habe immer noch keinen weiteren stadt davon der weißer wind zu machen doch jetzt trotzdem uns einmal machen damit wir wenigstens ein bisschen heilung haben mag nulia gibt jetzt einfach mal die eine andere daraus du kannst du nichts machen oder kann ich nochmal ein charme kuchen seriously was okay danke oder war gar nicht die gleiche wie die andere egal ja ich kann nichts machen es gehört und heilt gerade den gegner schön durch und wird mag nulia läuft super würde ich sagen aber gut ich dachte wieder was machen eigentlich wollte ich ja heilen wobei machen wir es anders phoenix fäder auf idea und dann den weißen wind du musst dich selbst mal eben schnell ans ins leben zu bringen das war jetzt gerade nämlich ihr untergang sonst geworden so jetzt haben wir wieder ein bisschen was hat da irgendwie irgendwelche effekte drauf heilige nacht er heilt sich wenn er die folgt abbekommt irgendwie sowas auch seriously musste das jetzt sein das war doch jetzt unnötig doch und ich tisse einfach so unnötig muss den kaputt zu dritt machen auch noch ja auch hier wird sie wieder raus die krebs die dann noch an ich hätte einfach mal 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 nulia nehmen sollen schön weil der jetzt überlebt so wir haben auch noch weiter alter der geistform ich bin nicht alle auf magnaulia rum so die eine hält auf jeden fall schon mal nichts aus das ist gut so können wir es mal ein bisschen auf ihn einprügeln das kann ich auch nicht verwenden der schaden ach so mein abwärts auch gesagt deswegen macht er so viel schaden äh ach nein so kannst du ein special machen mach dir einen donnerkeil drauf schamkuchen oh ne wem triffts wobei ich hab die fault das heißt sie müsste ja eigentlich auch die faulten dann oder der war doch heilige nacht wie lange geht das denn bitte ja gut das heißt ich werde jetzt mit magnaulia so ne doch haben wir erstmal magnaulia einmal hier mit oder heilt sie sich selbst ich glaube ich muss sie wieder auf minus 4 bringen weil sie sich selbst heilen muss machen wir erstmal das dann abwehren gefällt wind abwehren ignoriert das klingt auch gut was habe ich noch gutes das klingt wahrscheinlich auch nicht den perforat aber zuerst so äh ah das macht das für weißer wind ich muss wieder neue Sachen davon einkaufen ich kann mal das noch versuchen und was hast du hier unten noch Schallknall so du musst dich jetzt leider selbst äh so und zwar Unschuld mit Wurffeil auf idea bevor sie da irgendeine scheiße baut und beleben mit Wurffeil auf dich selbst natürlich macht sie Shippo Jinrai womit sie nochmal schneller ist das musste natürlich jetzt noch kommen oder gerade Shippo Jinrai gerade Shippo Jinrai so ja jetzt ist er für Jufas tot und Magnole ist tot und idea steht da jetzt rum äh äh der Kampf läuft echt doof alles nur weil ich da ja die falsche Ding jetzt am Anfang gewählt habe ich mein Sanitär ist schwach und dann zweimal auf Kantana noch und du machst wieder mal nicht weil du nichts kannst so das reicht ja ne ja und dann wieder der Schwammkuchen so ja ich glaube irgendjemand wird gleich drauf gehen denke ich mal ja mal gucken ob sie das jetzt noch überleben du bist ja eigentlich recht schnell vielleicht schaffst du es ja dich selbst schnell genug noch zu heilen ja ok immerhin wär toll und dafür stimmt Ju heil bitte wenigstens dich selbst mit dem zweiten Angriff Och ey kann ich mal irgendwie was hier irgendwie ein bisschen Glück haben in diesem Kampf anscheinend hier nicht der Kampf ist nervig so das Katana Lady muss weg was wollte ich wieder rufen nein kann ich mir eh nicht wenn ich einfach drauf gehen danke ja wie immerhin die Hälfte haben wir von ihm schon runter gehauen danke danke dass du dir genommen hast ich kann eh die ganzen nächsten Runden nichts machen so du hast ein Special dann mache ich das einfach drauf hier hier ich gehe so 5700 nur noch so ich sammle jetzt erstmal ein bisschen dann kommt der Schwammkuchen wieder Leos aber idea ist wieder normal wenn ich das richtig sehe okay so dann wieder Katzenbespürungen und zwar er hat mein Vorrat da keinen die mehr machen schade äh dann hat der Schallknall glaube ich einfach guten Schaden gemacht so machen wir das jetzt am besten mit Nebel vielleicht so machen wir das jetzt am besten mit Nebel vielleicht du wartest noch ein bisschen wahrscheinlich eh gleich wieder Verstärkung so wenn er zum Zug kommt wäre es schön dann kann der Magnolia nochmal heilen ansonsten zweimal Schallknall weil du hast ja eh noch hier hier Magnolia und treffern und dann ist die Verstärkung wieder da ja ja wobei Schallknall ist gar nicht so stark sehe ich gerade aber 3800 nur noch 3600 okay dann muss ich jetzt erstmal wieder all out hier gehen und du eigentlich auch damit die schnell wieder weg sind wir dürfen nicht zu lange auf dem Feld stehen die Gegner so gerade die Verstärkung nicht ich hab mich einfach gerade getreten also bitte einfach wegkrippen dann ist die eine schon mal weg aus einer Täterin und die kann glaube ich nicht so viel ja und Schussidea so 1500 muss ich doch irgendwie schaffen dass alle am Leben sind um diesen Kampf noch zu schaffen das könnte jetzt wehtun was jetzt kommt weil jetzt noch Schwammkuchen ja jetzt kann ich jetzt mal nichts machen das heißt er kann jetzt in Ruhe wieder sein Stuff machen Donnerkile Donnerkile okay jetzt die Frage bin ich aber schnell genug als die anderen dann könnte ich die jetzt beenden ich mach es ganz einfach ich denke mal Donnerkile wird es reichen um die letzten KP abzuziehen das heißt wir machen einmal provisorisch einfach mal es hat nicht so viel MP seriously okay Eta auf dich selbst dann vorbei warum machen wir was anders phoenixfeder auf you phoenixfeder auf idea tis ist eh tot ja und dann äh Donnerkile vielleicht kann ich einfach nochmal angreifen bitte nicht das ist ja wie als lebende ach geil danke Spiel danke ne ok be be das war's von diesem Part danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal ciao